Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer Lieblingssendung auf den Punkt bei TV Berlin. Heute bei mir zu Gast Thorsten Altleben, Hauptgeschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Thorsten Altleben, es geht bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft um Bürokratieaufbau. Da gibt es gerade eine Initiative. Was steckt dahinter? Was ist da los? Ja, wir kümmern uns ja generell darum, dass die soziale Marktwirtschaft in unserem Land wieder gestärkt wird, dass der Standort gestärkt wird, dass wir wieder nach vorne kommen und nicht Schlusslicht sind. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist eben Bürokratie. Wir haben Studien durchgeführt, 58 Prozent der Unternehmen in Deutschland sagen, dass sie wegen Bürokratie nicht mehr in Deutschland investieren wollen. Ja, also nicht in erster Linie wegen hoher Steuern, das kommt dazu, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel. Die Bürokratie ist am schlimmsten und das bestätigen auch andere Umfragen. Standortnachteil Nummer eins, das heißt, die Politik muss da ansetzen. Und die gute Nachricht ist, es kostet nicht mal was. So, wir haben dazu einen kleinen Film vorbereitet. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und den spielen wir jetzt mal ein. Bei Bürokratie läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Deutschland ist viel zu bürokratisch. Bürokratie ist eine Belastung und es ist gut, wenn wir einen Teil dieser Belastung in ein Museum verfrachten und dort für immer lassen. Eine unglaublich schwere Last. Bürokratie sind die Steine im Rucksack. Schrecken, Taubheit und Wahnsinn. Ein Dschungel, in dem man sich verfängt, in dem man sich verheddert, der einem die Luft nimmt. Was kann man tun, um Bürokratie zu vermeiden? Und wir wollen sie als Partner gewinnen gegenüber der Politik, um für Bürokratieabbau gemeinsam zu kämpfen. Bürokratie ist die Bremse, die die Menschen eben dabei behindert, wirklich sich zu entfalten und das zu machen, was sie am besten können. Das ist ja sehr aufwärmlich, Thorsten Eisleben. Was bringt so eine Initiative mit dem Aufwand? Ja, also wir haben das weltweit erste Bürokratie-Museum eröffnet hier in Berlin. Es ist ein Pop-up-Museum. Leider, wir würden es gern für immer aufhaben. Zumindest so lange, bis die überflüssige Bürokratie abgeschafft ist. Aber es ist jetzt noch eine Woche auf. Ja, wenn wir unsere politischen Botschaften versuchen, an den Mann, an die Frau zu bringen, vor allem natürlich ans politische Berlin, an die Politiker, an Journalisten, dann muss man sich immer originelle Kampagnen-Ideen überlegen. Und bei Bürokratie redet jeder drüber und jeder sagt, ja, da muss was geschehen, aber es fehlen so anschauliche Beispiele. Und wir haben gedacht, mit so einem Museum schaffen wir einen Ort, wo Leute hinkommen, auch Politiker. Und wir hatten viele Politiker da in den letzten Wochen. Und dann können wir über die Themen reden, wie belastend Bürokratie ist. Dort ist es mal mit einem Augenzwinkern oder mit einem Schmunzeln gezeigt, aber der Kern ist ja sehr ernst. Und dann können wir darüber reden, wie kann man das denn wirklich substanziell abbauen. Und ich muss sagen, wir machen viele Kampagnen zu vielen Themen, aber so einen engen Kontakt zur Politik und auch zu Medien, wie jetzt in diesem Museum, hatten wir noch nie bei einer Kampagne. Und deswegen würde ich sagen, es war sehr aufwendig, aber es war ein großer Erfolg. Nun ist Bürokratieabbau ein Megathema, nicht nur heute, sondern seit Jahren, im Grunde seit Jahrzehnten. Ich erinnere mich noch, als ich ARD-Korrespondent war in der Ära Merkel, Thorsten Alsleben war im ZDH auf Hauptstadtstudio, ich war im ARD-Hauptstadtstudio. Und wir haben auch über Bürokratieabbau da mal diskutiert. Es gab Kommissionen und so weiter und so fort. Ich frage mich, warum ist das immer noch ein Thema und warum tut sich da nichts? Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Zum einen gibt es in Deutschland in der Verwaltung, auch in der Politik, ein sehr starkes Misstrauen gegenüber den Bürgern und den Unternehmen. Und deswegen versucht man, jedes Risiko auszuschließen, jede theoretische Missbrauchsmöglichkeit durch Kontrollen, durch Papier, durch sehr viele Regelungen von möglichen Einzelfällen. Und das macht es am Ende für die Unternehmen wahnsinnig unübersichtlich und komplex. Das Beispiel, das hat der Justizminister, der jetzt für Bürokratieabbau zuständig ist, selbst genannt, in der Bäckerei. Da kommt an einem Tag der Arbeitsschutz und sagt, die Fliesen sind zu glatt, da rutschen deine Mitarbeiter aus, du musst geriffelte Fliesen nehmen. Und am nächsten Tag kommt der Gesundheitsschutz und sagt, geriffelte Fliesen, da sammelt sich der Dreck, das ist nicht gut für die Ware, ist gesundheitsgefährdend. Das heißt, die Behörden oder die Politik macht ja von unterschiedlichen Richtungen Auflagen und denkt gar nicht, was hat denn die andere für Interessen. Und das gibt natürlich einen Regelungswunsch. Wir haben in Deutschland allein fast 5000 Bundesgesetze und Verordnungen mit fast 100.000 Einzelnormen. Dazu kommen Landesgesetze, Kommunalsatzungen, unmittelbares EU-Recht. Das können Unternehmen nicht ertragen. Zweiter Punkt, wir sind sehr analog. Ja, viele, viele Länder sind viel weiter als wir, was Digitalisierung angeht. Wenn die Daten automatisch erhoben werden, wenn man Prozesse, Antragswesen, alles digital machen könnte, würde man die Bürokratie nicht ganz so stark spüren. Und Deutschland ist da weit, weit zurück. Wir müssen, also es muss was getan werden. Jetzt waren ja viele Politiker da zu Gast in dem Museum. Was haben die denn gesagt? Mensch, nochmal, wo packen wir jetzt an? Oder zum Beispiel könnte man ja nochmal drüber philosophieren. CDU, CSU hat jetzt ein Programm aufgesetzt und sagt, okay, wenn wir drankommen, dann machen wir alles anders. Ist das so? Das ist so, ja. Also, und es gab auch in den Debatten in dem Museum dann auch nochmal Lerneffekte. Also zum Beispiel, wir haben eine Forderung, Verfallsdatum für Gesetze. Das heißt, man schafft ein neues Gesetz und sagt dann, nach fünf oder sechs Jahren muss das evaluiert werden. Das heißt, man untersucht, wie hat das gewirkt. Man befragt auch die Unternehmen, die betroffen sind. Und ein Jahr später läuft das automatisch aus. Und wenn man jetzt sagt, das Gesetz war eigentlich gut, oder man muss es nur ein bisschen ändern, dann muss es komplett neu beschlossen werden. Warum bringt das was? Wir haben seit 26 Jahren Regierungen, wo immer mindestens ein Regierungspartner schon der Vorgängerregierung angehörte. Und die versuchen immer zu verhindern, dass ihre Gesetze wieder abgeschafft werden. Wenn die aber automatisch abgeschafft werden, dann muss man aktiv eine Mehrheit finden, wieder das Gesetz zu erneuern. Und so würde peu a peu, zumindest würden die Gesetze abgebaut, die nicht wirkungsvoll sind oder die zu schädlich sind. Ich war neulich im Baltikum unterwegs, auch in Estland. Also ein wunderbares Land, was die Digitalisierung betrifft. Alles mit dem Mobile zu machen. Auf der anderen Seite habe ich letzte Woche im Baumarkt 20 Säcke Kies für unseren Kiesweg gekauft. Mit Zulieferung. Ich hatte so einen Stapel von Zetteln, wo drauf stand das und dies und das und so weiter. Und die Rechnung kam dann nochmal online und so. In Estland hält man ein Handy hin und dann wird alles sozusagen verarbeitet. Warum ist das bei uns nicht möglich, diese Digitalisierung und die Bürokratisierung ganz schnell abzubauen? Also das Wichtigste ist Datenschutz. In Deutschland wird der Datenschutz viel ernster genommen als in anderen Ländern. Also die DSGVO ist ja eine EU-Regelung. Die müsste ja überall gleichwirken, tut sie aber nicht. In Deutschland wurde auch noch was draufgesattelt und es wird viel strenger gesehen. Und das ist ein großes Problem. Also ich würde ja auch, ich wäre ja auch bereit, dass ich dem Staat die Daten, die der sowieso hat, dann so zur Verfügung stellen, dass auch andere Behörden darauf zugreifen können. Also die Rentenversicherung zum Beispiel, die würde wahnsinnig gern das Elster-Programm des Finanzamts nutzen, damit man nicht immer alles wieder bei der Rentenversicherung neu eingeben muss. Geht nicht wegen Datenschutz. Sowas verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Da brauchen wir ein Umdenken. Wir brauchen wahrscheinlich, und das wollen wir jetzt mal zusammen erarbeiten, noch andere Positionen, wo wir umdenken müssen. Wenn wir mal den Industriestandort Deutschland nehmen und wenn man die Zahlen nimmt, die Wachstumszahlen, dann sind wir, ja, schlusslich, glaube ich, in Europa und zumindest nicht mehr weit vorne, wie wir früher mal waren. Nein, wir sind hinten. In den allermeisten Feldern sind wir hinten. Steuerbelastung, Unternehmenssteuern sind wir ganz hinten bei den Industriestaaten. Die anderen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wir waren da mal vorne. Wir waren gut nach den Reformen vor 15, 20 Jahren. Aber jetzt sind wir hinten, weil die anderen haben ihre Steuern gesenkt und bei uns wurden sie sogar durch die Gewerbesteuer in den Kommunen noch leicht erhöht. Wir haben, beim Fachkräftemangel sieht es schlecht aus, bei den Energiepreisen sieht es schlecht aus, Bürokratie haben wir gerade drüber geredet. Wir sind in allen Bereichen hinten, weil wir entweder unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben oder die Sachen noch verschlimmert haben. Atomausstieg zum Beispiel hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass CO2-Ausstoß runtergeht, sondern hoch und hat auch dazu beigetragen, dass die Preise steigen. Also lassen Sie uns dann mal einen Punkt nach dem anderen abhaken. Wir hatten vor Jahren die Agenda 2010 unter Kanzler Schröder damals, die hat, glaube ich, zu einem Boom geführt, zu einem Aufschwung. Absolut. Wir bräuchten wahrscheinlich jetzt eine Agenda 2030, wo man sagt, also wir müssen da und da jetzt anpacken. Was muss da genau angepackt werden? Nehmen wir mal das Thema Energiepreise. Also bei Energiepreisen haben wir einen total überregulierten Markt, wo die Politik auch vorschreibt, welche Energieformen sind erlaubt und welche nicht und welche werden gefördert. Da brauchen wir, glaube ich, viel mehr Offenheit. Also zum Beispiel der Kohleausstieg war ein, es war Schwachsinn, das vorzugeben, weil der CO2-Preis steigt ja sowieso marktwirtschaftlich und dann kann irgendwann der Kohlekraftbetreiber entscheiden, heute lohnt es sich nicht mehr, ich mache das Werk dicht. Wir müssen viel stärker auf den sogenannten Emissionshandel gehen. Das funktioniert ja so in Europa. Einheitlich für die Industrie. Wer CO2 ausstoßen will, braucht dafür eine Erlaubnis, holt sich ein Zertifikat und die Zahl der Zertifikate wird jedes Jahr weniger, weil man will ja CO2 reduzieren und dadurch werden die immer teurer. Und dann kann jeder für sich ausrechnen, lohnt es sich eher in eine neue Anlage zu investieren oder kaufe ich mir nochmal ein teureres Zertifikat? Eine rein marktwirtschaftliche Lösung und dann kann man aber sehen, in welchem Bereich spare ich. Eine Wärmepumpe zum Beispiel lohnt sich für manche Haushalte ja, aber sie lohnt sich vielleicht nicht für jemanden, der nur im Sommer ein Ferienhaus betreibt und im Winter kaum da ist. Der sollte besser eine Gasheizung wieder kaufen, eine moderne, zahlt dann höhere CO2-Preise, aber nur für ganz wenig und man könnte viel effizienter CO2 einsparen, wenn man es so marktwirtschaftlich macht. Also auch da wird überreguliert? Überreguliert und staatlich vorgegeben von Politikern. Sorry, Politiker haben gute Kompetenzen, aber ganz bestimmt nicht haben die technische Ahnung, welche Energieerzeugung, welche Dämmung, was am besten ist. Das wissen die nicht. Lassen Sie uns nochmal über diese Entwicklung reden, dass wir jetzt Schlusslicht sind, dass wir nicht richtig zu Potte kommen, dass das Wachstum einfach nicht da ist. Wie ist das jetzt eigentlich alles entstanden? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur jetzt durch die Ampelregion, sondern das ist ein längerer Prozess. Wo hat es da angefangen zu haken und wo ist die Analyse? Also es hat natürlich angefangen schon unter der Merkel-Zeit, weil die Dinge, die wir zum Beispiel für die Reform der Sozialversicherung brauchen, Demografie, das weiß man ja seit Jahren, Jahrzehnten, da hätte man da ansetzen müssen. Das hat man ja ein bisschen mit der Rente mit 67, das war gut, war von der SPD mit initiiert, ja, die CDU hat das mitgemacht und dann haben sie es aber wieder zurückgedreht, Rente mit 63, ja, jetzt aktuell wollen sie wieder das Rentenniveau höher halten, sodass die Renten steigen, aber die Beiträge eben auch und da hat man die Reform nicht gemacht und das hat irgendwie funktioniert, weil es war Wachstum da, der Wohlstand kam dazu und die Leute haben das nicht gemerkt, sie haben keine Schmerzen gemerkt und jetzt ist es eben so, seit zwei Jahren auch durch Ukraine, jetzt merkt man, wo es brennt und spätestens jetzt müsste ja die Ampel sagen, okay, wir steuern um Zeitenwende, ja, das hat man bei der Rüstung gemacht, aber man hat es nicht bei der Wirtschaftspolitik gemacht und jetzt höre ich den Kanzler diese Woche, ja, man will da ein bisschen was bei der steuerlichen AFA machen, alles gut, er soll es bitte machen, ich weiß nicht, wie er es hinkriegt mit den Koalitionspartnern, aber es wird natürlich nicht reichen, sondern wenn, bräuchte man jetzt so ein richtiges Aufbruchssignal, wo die ganze Welt sagt, hoppala, was ist denn da in Deutschland los, da lohnt es sich ja wieder zu investieren und dann kommt das Geld und dann steigen sogar die Steuereinnahmen, selbst wenn man die Steuern senken würde. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sagt, die Wirtschaft muss wieder wachsen, um zum Beispiel auch die Klimaziele zu erreichen und überhaupt die Klimainvestitionen zu tätigen, also muss die Wirtschaft wachsen, wie kann die Wirtschaft wachsen? Ja, also einen Punkt haben wir darüber gesprochen, Bürokratie. Wenn es wieder leichter möglich wird zu investieren, also ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, der Unternehmer, der wahrscheinlich Teile des Museums übernehmen wird hier in Berlin, der hat noch viele andere Firmen, betreibt nicht nur Museen, unter anderem ein BioNTech-Unternehmen, was für die Krebsforschung sehr wichtig ist, ganz tolles, innovatives Unternehmen, der ist so mit Bürokratie hier beladen, der muss einen Frauenförderplan machen, obwohl der 99 Prozent Frauen unter den Arbeiterinnen hat, und der sagt, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt nach London damit. Das heißt, die Bürokratie hat ihm die Luft zum Atmen genommen. Wenn man das verändert, würde das schon wahnsinnig viel helfen und es kostet gar nichts. Sondern die Unternehmen haben das Gefühl, hey, der Staat misstraut mir nicht mehr, ich kann wieder richtig arbeiten und dann gibt es auch einen Boom. Das wäre das Erste. Würde ich sofort anfangen. Wie müsste man das machen? Einfach Gesetze verabschieden und sagen, das gilt jetzt nicht mehr? Also interessanterweise, Herr Söder in Bayern hat das jetzt gemacht. Erstens hat er dieses Verfallsdatum für Gesetze, eingeführt. Zweitens hat er jetzt zum Beispiel in der Landesbauordnung ganz viele Vorschriften einfach gestrichen. Das heißt, man hat dann gar nicht mehr die Restriktionen. Im Moment ist es so, reichst einen Baugenehmigung, einen Bauantrag ein und kriegst eine, wird abgelehnt. Du weißt nicht warum, dann redest du mit denen, reichst wieder ein, wird wieder abgelehnt. Und da sind halt viele Dinge, die dann einfach laufen, dann wird gebaut, dann ist man schneller fertig, kann schneller wirtschaften. Das macht sich sehr schnell bemerkbar. Also Bürokratieabbau wäre das Erste. Das Zweite wäre, wir müssen bei den Unternehmenssteuern ran. Die müssen gesenkt werden. Weil, ist doch klar, wenn ein internationaler Investor kommt und sagt, wo gehe ich jetzt hin und baue eine neue Forschungs- oder Produktionsstätte, dann machen die Unternehmensberatungen eine Liste und da steht drin, in welchem Land welche Vor- und Nachteile und in Deutschland steht eben der höchste Steuersatz. Ist ein ganz wichtiger Grund, um zu sagen, nee, dann gehen wir aber nicht dahin. Also deswegen, Unternehmenssteuersätze müssen runter. Wir müssen nicht Niedrigsteuerland werden, aber wenigstens im Durchschnitt der Industriestaaten wäre der zweite Schritt, würde ich auch sofort angehen. Was müsste man da zum Beispiel, an welchen Stellschrauben müsste man da drehen? Was müsste man da genau senken und wie müsste man die Unternehmen entlasten? Wie ginge das? Also wir haben zwei Unternehmenssteuern in Deutschland. Leider einmal die Körperschaftssteuer für GmbHs und AGs. Die müsste runter, aber dann haben wir noch eine Unternehmenssteuer, die eigentlich gar keine ist, das ist die Einkommenssteuer, die auch Lohnempfänger zahlen. Die gilt aber für alle Personengesellschaften, also offene Handelsgesellschaften und so weiter. Die zahlen Einkommenssteuer. Totaler Schwachsinn. Eigentlich müssten die auch rüber in die Unternehmenssteuer. Das müsste mit abgesenkt werden und dann gibt es eine einheitliche Steuer für alle Unternehmen, egal welche Rechtsform. Und das wäre dann auch unbürokratischer und vor allem attraktiv und einheitlich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei mir ist der Hauptgeschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Thorsten Alsleben. Wir reden über Wirtschaft, über Wirtschaftswachstum, wie das zustande kommt. Und wir reden gleich weiter über Wirtschaftspolitik, auch über die Politik. Aber wir müssen eine kleine Pause machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Bis gleich, bleiben Sie dran. Es bleibt spannend. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer Lieblingssendung auf den Punkt bei TV Berlin. Bei mir zu Gast ist Thorsten Alsleben, ehemaliger geschätzter Kollege des ZDF Hauptstadtstudios. Er war dann auch noch Geschäftsführer des MIT, des Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und jetzt bringt er die neue Initiative Soziale Marktwirtschaft zu neuen Höhen. Da ist richtig was los. Da dampft es. Und wir reden über Wirtschaftspolitik und wir reden über Wirtschaftsminister Habeck. Was macht er falsch? Ich fange mal an, was er richtig macht. Habeck kann wie kein Zweiter authentisch kommunizieren. Ja, also wenn man sich mit ihm unterhält oder wenn man ihm zuhört, dann hat man das Gefühl, da ist jemand, der hinterfragt auch Dinge, der denkt drüber nach, der hadert auch manchmal mit sich. Also man kann ihm ja fast beim Nachdenken zusehen. Also Kommunikation beherrscht er, macht auch ab und zu so schöne Videos, wo man sagt, jawohl, da hat er recht. Das Problem ist, er liefert nicht. Und im ersten Jahr ist auch, muss ich sagen, die deutsche Wirtschaft, die Verbände ihm so ein bisschen auf den Leim gegangen. Ja, haben gesagt, toller Mensch und der ist ja gar nicht so ideologisch und so weiter. Faktisch hat er aber eine knallhart grüne Politik gemacht mit Regulierung. Wir erinnern uns an das Heizungsgesetz. Und die Dinge, die jetzt notwendig sind, setzt er nicht um. Immerhin hat er jetzt erkannt, dass zum Beispiel so eine bürokratische Monsterregulierung wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was die Unternehmen sehr belastet, dass er gesagt hat, das müssten wir eigentlich auslaufen lassen. Das sagt seit drei Jahren die Union, seit zwei Jahren die FDP. Jetzt sagt er es auch als Grüner. Aber es passiert ja nichts, weil Herr Scholz nicht mitmacht. So, was nützt es dann? Ja, und deswegen würde ich sagen, Herr Habeck wäre ein guter Sprecher oder Kommunikationsberater, aber er ist kein guter Wirtschaftsminister. Was müsste er denn jetzt machen? Oder wie könnte er die Wirtschaft wieder nach vorne bringen? Und was müsste er mit seinen grünen Mitgliedern machen, damit er die auf die Linie bringt? Naja gut, er müsste gemeinsam mit Christian Lindner, der auch viele gute Vorschläge schon gemacht hat, sagen, so lieber Olaf Scholz, das ist jetzt notwendig, das wäre unser gemeinsames Konzept, um die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Über die Themen, über die wir gesprochen haben, Bürokratie, Steuern, bei der Energie, also weniger Regulierung. Und dann muss er ihm die Pistole auf die Brust setzen und sagen, pass mal auf, du musst das jetzt machen, sonst sind wir nicht wert zu regieren, weil das ist jetzt notwendig. Es ist ja wie ein Arzt, wenn man weiß, der Patient ist krank und wenn man ihn nicht behandelt, dann wird der sterben oder ihm wird es deutlich schlechter gehen, dann muss man doch sagen zum Chefarzt, pass mal auf, wir müssen den behandeln. Sonst muss man doch den Patienten empfehlen, geh bitte in ein anderes Krankenhaus zu anderen Ärzten, weil unser Chef will dich nicht behandeln. So ist es. Eine weite Übertachtung jetzt neben dem Wirtschaftsministerium ist die Ampelregierung gut zweieinhalb Jahre. Sind Sie jetzt am Drücker, kann man ja sagen, also in der Regierung, in der Bundesregierung. Vergleichbar jetzt mal, wir hatten eine Schröder-Regierung, grün-rot. Wir hatten eine Merkel-Regierung, mal mit der FDP, mal mit der SPD. Jetzt haben wir die Ampelregierung. Was ist da, wenn man das alles vergleicht, schiefgelaufen? Also, Sie sind ja gut gestartet. Sie haben sich als Fortschrittskoalition verkauft, was auch zunächst mal richtig oder gut ist. Sie haben sich in einer anderen Art der Kommunikation verkauft. Diese Selfie-Bilder, die alle einheitlich waren über die sozialen Medien, da hatte man das Gefühl, ah, hier ist so ein Aufbruch. Der hat sich aber in keiner Weise wirtschaftspolitisch wieder gespiegelt. Es gab natürlich so ein paar gesellschaftspolitische Veränderungen, die aber hoch umstritten sind. Also, ich würde sagen, wenn man zweimal im Jahr das Geschlecht wechseln kann, ist das jetzt nichts, was die Mehrheit der Bevölkerung begeistert. Ja, Cannabis-Verbot aufgehoben, da begeistert auch nicht die Mehrheit. Das ist so eine Klientelpolitik für ein paar eigene Wählergruppen. Ja, also das ist jetzt nichts, was man in Deutschland insgesamt als Fortschritt sehen würde. Und wirtschaftspolitisch ist es ganz klar ein Rückschritt. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel mit Schröder vergleicht, das war Rot-Grün. Die haben halt erkannt, da ist eine schwierige wirtschaftliche Situation, wir sind an der Grenze und dann sind die über ihren ideologischen Schatten gesprungen und haben eigentlich Politik gemacht, die CDU- und FDP-Politik war. Und haben das ja auch mit denen dann im Bundesrat zusammen gemacht. Das ist natürlich eine riesige Leistung. Und wenn der Schröder nicht so schwache Nerven gehabt hätte, wenn der gesagt hätte, ich ziehe das jetzt durch und mache die volle Legislaturperiode statt eine vorherige Wahl, dann bin ich auch sicher, wäre der wiedergewählt worden. Weil die Früchte seiner Arbeit kamen ein Jahr später, nur war da schon Frau Merkel in der Regierung. Aber damals gab es wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel, nämlich 5 Millionen Arbeitslose. Die haben wir jetzt nicht. Wir haben quasi Vollbeschäftigung. Wir haben über 40 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Durch die Demografie müssen wir eigentlich noch Arbeitskräfte aus dem Ausland einziehen. Wo kommt der Druck jetzt her, dass man jetzt was anderes macht? Die Zahlen sind zwar da, aber nimmt keiner so richtig ernst. Ja, also das ist stimmt. Wenn 5 Millionen Arbeitslose sind, dann kennt eigentlich jeder jemanden, der arbeitslos ist oder man ist selbst betroffen. Es fängt ein bisschen jetzt an. Also die Unternehmen haben in diesem Jahr, wir haben das untersucht, öffentlich Stellenabbau von 55.000 Stellen schon angekündigt. Die großen Unternehmen, großen und namhafte Mittelständler, die ganzen kleinen, die kommen noch dazu. Also das heißt, es gibt schon den einen oder anderen, der jetzt seinen Job verliert und Leute kennen das, aber man merkt vor allem die Inflation und man merkt ja, dass bei der Migration zum Beispiel läuft es auch nicht rund und da ist schon eine latente Unzufriedenheit da und das sieht man ja auch. Ich glaube, die Zustimmungswerte waren noch nie so schlecht für die alle drei Regierungsparteien wie aktuell. Also die Unzufriedenheit ist da, der Unternehmensberater würde sagen Sense of Urgency, also das Fühlen eines Drucks, eines Veränderungsdrucks ist da. Ja, vor allen Dingen auch, jeder hat weniger Geld im Portemonnaie, die Preise gehen durch die Decke. Das wird durch das Einkommen nicht aufgefangen und den Leuten geht es schlechter und man hat jetzt bei der Europawahl gesehen, ja, wie sich die Landkarte gefärbt hat, vor allen Dingen im Osten, alles blau, AfD. Das kommt doch wahrscheinlich durch die Unzufriedenheit. Ja, das ist Unzufriedenheit, aber da ist natürlich vor allem das drängende Problem Migration. Jeden Tag haben wir Meldungen über Gruppenvergewaltigung, über Messehattentate häufig, also mehrheitlich von Flüchtlingen begangen. Ja, das heißt nicht, dass alle Flüchtlinge so sind, aber man sieht schon, wenn es weniger Flüchtlinge gibt, gäbe es auch weniger Taten. So, und das treibt die Leute um, weil die Politik das teilweise nicht mal benennt, aber wenn sie es benennt, hat sie keine Lösung und das führt zu Unzufriedenheit. Und das traut man dann der Union noch nicht zu, nach den Merkel-Jahren dieses Migrationsproblem zu lösen, obwohl die Union ihre Politik komplett geändert hat. Das hat nichts mehr mit Merkel zu tun, aber sie kommunizieren es nicht so klar, weil sie sich nicht zu sehr distanzieren wollen. Und dann sagen die Leute, ach, dann glauben wir denen nicht so richtig. Das ist das drängendste Problem, würde ich sagen. Leider aus wirtschaftspolitischer Sicht gibt es vielleicht andere Probleme, aber wenn das nicht gelöst wird, werden auch alle anderen Sachen nicht gelöst. Auf den Punkt wird bei TV Berlin gesendet, jeden Donnerstag um 21 Uhr und dann natürlich auch auf den sozialen Medien weiter verbreitet, wie auf YouTube oder auf X oder auch auf der LinkedIn-Plattform. Nicht jeder von diesen Zuschauerinnen und Zuschauer, entweder im Fernsehen oder auf den sozialen Medien, kennt die neue Initiative Soziale Marktwirtschaft. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Initiative Neue. Jetzt, bitte, wie ist das gegründet worden, welche Ziele hat das, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal mitbekommen, wer hier als Hauptgeschäftsführer steht und diese Initiative weiter nach vorne bringt? Also es ist vor fast 25 Jahren gegründet worden von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Wir werden also von der Wirtschaft bezahlt, aber nicht, um jetzt deren Lobbying zu machen, weil dafür haben die ja eigene Verbände, sondern wirklich, um diesen Kernbestandteil Soziale Marktwirtschaft, wie es mal von Ludwig Erhard angedacht war, zu fördern, dafür zu werben, mit Studien, mit Kampagnen darauf aufmerksam zu machen, wie man das Land reformieren müsste, dass die eigentliche Soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard wieder gilt, weil die ist ein bisschen pervertiert worden im Laufe der Zeit. Sozialstaat ist nicht mehr zielgerichtet. Es kriegen Leute Sozialleistungen, die sie nicht bräuchten, die werden aber von anderen finanziert, die dafür arbeiten müssen. Und da sagen wir, das müsste man wieder ändern. Bürgergeld ist so ein Beispiel. Was müsste man beim Bürgergeld ändern? Na, beim Bürgergeld, da sind ja die Kosten exorbitant gestiegen. Ja, wir hatten, glaube ich, bei Hartz IV knapp 30 Milliarden Kosten und jetzt sind wir schon fast bei 50 Milliarden, ja, obwohl es ja nicht mehr empfängt, also, obwohl nicht mehr Leute sozial bedürftig sind. Das heißt, Bürgergeld bekommen Menschen, die es nicht bekommen müssten, die arbeiten könnten, wenigstens ein paar Stunden, vielleicht auch Vollzeit, die aber so auskömmlich vom Staat versorgt werden, dass es sich für sie nicht lohnt. Das ist ja eine rein ökonomische Entscheidung, ist doch klar. Wenn ich für mich überlege, kann ich mit Nichtarbeit auskommen und mit mehr Arbeit, aber unwesentlich mehr Geld nur haben, dann würde ich vielleicht auch nicht arbeiten. Ja, und deswegen ist der Staat aufgerufen, das so zu ändern, dass es sich wieder lohnt zu arbeiten. Gibt es Programme der Parteien, das so und so aufzulösen oder neu zu justieren? Wir haben ja jetzt noch mal drei Landtagswahlen im Osten, wir haben nächstes Jahr eine Bundestagswahl. Wie sieht das da im Spektrum aus? Wer ist da für was? Ja, also Union und FDP wären bereit, das Bürgergeldsystem komplett zu reformieren. Wieder stärker Druck in den Kessel zu erleichtern, dass die Leute arbeiten, aber auch sie zu zwingen zu arbeiten, wenn man das Gefühl hat, sie machen hier nicht mit. Ja, und dann Leistungen auch zu kürzen. Ich würde auch sagen, es gibt eine große Mehrheit dafür in Deutschland, das so zu machen. Leider gibt es keine Mehrheit im Bundestag dafür, das so zu machen. Und das liegt unter anderem daran, dass viele Leute, die diese Änderungen wollen, dann die AfD wählen, die AfD aber nicht, die anderen Parteien nicht bereit sind, mit der AfD zusammenzuarbeiten, aus guten Gründen. Und deswegen fällt dieser Teil des Wählerspektrums raus, obwohl der ja da ist. Ja, und da kann sich jetzt jeder selber überlegen, ob es sich lohnt, eine Partei zu wählen, die auf keinen Fall mitregieren wird, nur um seinen Protest auszuüben. Oder ob man sagt, nee, ich will ja, dass sich was ändert. Dann muss man eben die Parteien wählen, die am ehesten bereit sind, auch was zu ändern. Wir haben noch nicht gesprochen über den Fachkräftemangel. Wie können wir sozusagen als Industrieland wieder attraktiv machen, dass die Leute zu uns kommen und mit helfen? Ich erinnere mich noch in den 50er, 60er Jahren dieses Wirtschaftswunder. Wir waren einfach attraktiv. Bei uns gab es Arbeit, bei uns gab es gute Löhne. Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Da sind andere Länder wahrscheinlich attraktiver. Was könnte man da machen, um an dieser Stelle Schaube zu drehen? Es hängt wieder alles mit allem zusammen. Es ist wieder die Bürokratie. Wenn jemand in Deutschland arbeiten will, sind die Prozesse wahnsinnig lang, bis er einen Termin bei der Botschaft bekommt, bis dann seine Unterlagen da sind, bis dann die Anerkennung für seine Hochschulabschlüsse da sind. Man könnte ja meinen, wenn, ich sage jetzt mal, ein großes Industrieunternehmen, was wir vielleicht alle kennen, sagt, ich habe hier einen IT-Menschen, der arbeitet schon in Indien, in unserer Tochterfirma. Ich weiß, was der kann. Das Diplom ist mir egal, weil ich sehe ja seit zehn Jahren, wie der arbeitet. Den beschäftige ich bei uns. Nein, der deutsche Staat muss das erst mal überprüfen, ob das anerkannt ist. Warum? Ist doch das Risiko des Unternehmens, wenn er dem hohes Gehalt zahlt, den reinzuholen, dann ist das doch Sache des Unternehmens, das zu überprüfen. Also da könnte man viel schneller und effizienter werden. Dann hohe Abgaben. Wenn der Software-Ingenieur aus Indien kommt und sagt, boah, die geben mir ein super Gehalt, ich komme nach Deutschland, dann sieht der seinen ersten Lohnzettel und sieht, wie wenig davon übrig bleibt. Das spricht sich herum. Dann sagen die, nee, das lohnt sich nicht. Dann gehe ich doch lieber nach Großbritannien. Da bleibt mehr übrig. Also Bürokratie, Abgabenlast und natürlich das Migrationsthema. Wenn das Migrationsthema dazu führt, die Schulen sind voll, wir haben nicht mehr genug Lehrer für die ganzen Leute, die Wohnraumsituation ist schwer, weil wir die ja alle unterbringen müssen und gleichzeitig gibt es immer mehr Aversion in der Bevölkerung, dann sagt natürlich ein hochqualifizierter, nee, in dieses Land will ich dann auch nicht. Also da haben wir drei große Themen, die gelöst werden müssen, um das Fachkräftethema zu lösen. Und es ist noch ein Thema, nämlich die Energiepreise. Wir haben jetzt gehört, dass BRSF verlagern will und weg geht. Wir haben jetzt gerade gehört von dem Familienunternehmen Miele, die Produktion nach Polen verlegen wollen. Richtig. Das sind ja, ich sage mal, Zeichen. Da steckt ja was, etwas dahinter. Und woher kommt das und wie kann man das sozusagen stoppen? Ja, also da ist, Energiepreis ist da eine Komponente. Für die große Industrie sind die Energiepreise gar nicht so schlecht, weil die ja subventioniert werden und weil da bestimmte Abgaben nicht anfallen. Schwieriger ist es für den ganzen Mittelstand, der nicht jetzt energieintensiv ist, der aber trotzdem hohe Energiekosten hat. Für den ist er im internationalen Wettbewerb, steht er hier schlechter. Und es ist dann immer die Fülle. Also man muss das vergleichen bei Gullivers Reisen. Der Riese, der ist jedem dieser Zwerge überlegen. Der ist auch zehn oder hundert Zwergen überlegen, aber nicht tausend. Und mit tausend kleinen Bändern kann man den Riesen fesseln. Und alles das, was wir jetzt haben, Bürokratie, ganz viele Regelungen, hohe Abgabenlast, hohe Energiepreise, eine gewisse Forschungsfeindlichkeit, auch eine Neidkultur, dann die Migrationsprobleme, alles das sind Fesseln für das Unternehmen. Und die führen dazu, dass es sich nicht mehr bewegen kann. Und dann sagt der Unternehmer, entweder ich gebe auf, oder er sagt, ich mache weiter, aber nicht hier. Kurz für Schluss müssen wir unbedingt noch über den Haushalt 25 reden. Wir sind jetzt mitten, oder kurz vor der parlamentschlichen Sommerpause. Da soll ja noch was passieren. Kommt der noch durch? Und was ist da eigentlich los? Was sagt der Marktwirtschaftler zu den Haushaltsberatungen? Also die Beteiligten sagen ja, sie kriegen eine Lösung noch vor der Sommerpause hin. Ich bin sehr gespannt, weil es ist die Quadratur des Kreises. Die Schuldenbremse sagen, die einen muss eingehalten werden, denke ich auch. Die anderen sagen, wir brauchen aber mehr Geld für dies und das und jenes und wollen gleichzeitig bei den Sozialleistungen nicht kürzen, also die beiden Bedingungen. Ich weiß nicht, wie die das zusammenbringen wollen. Vielleicht gibt es irgendeinen Trick von irgendwelchen Haushaltstöpfen, die noch nicht entdeckt sind aus dem Vorjahr. Aber auf Dauer kann das so nicht gut gehen. Also man muss irgendwann priorisieren und sagen, wir können nicht mehr weitermachen wie bisher. Wir müssen da sparen und dann haben wir auch wieder Geld für Investitionen. Abschlussfrage, Thorsten Ahlsleben, ZDF-Hauptjob-Korrespondent. Bei der MIT und jetzt bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Was macht besonders Spaß? Was treibt den Thorsten als Leben an? Also jeder dieser Jobs hat mir immer riesig Spaß gemacht. Bei dem neuen Job gefällt mir einmal, dass wir überparteilich sind. Also wenn man bei der Mittelstandsunion der CDU ist, ist man halt Teil der Partei. Jetzt kann ich die Partei auch loben und kritisieren, so wie ich es für richtig halte und auch jede andere Partei. Und ich habe sehr viel Freiheit in dem, was wir machen. Das Museum haben wir angesprochen. Wann hat man in seinem Leben mal eine Chance, ein Museum zu eröffnen? Ja, und das finde ich ganz toll. Und wenn die Zuschauer noch vorbeikommen möchten, bis 4.7. ist es noch auf, dann können sich die Exponate ansehen. Das war ein schönes Schlusswort. Thorsten Alsleben, vielen, vielen Dank für diesen Besuch hier bei Auf den Punkt. Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie der Sendung gewogen und auch TV Berlin. Auf Wiedersehen und Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020